Er ist irritiert immer, weil das dem Wohl da ist. Über 800 Meter, dann bin ich da. In der Stadt. Ja, ja. Hab alles im Auto dran. Warum beschießt sich der Panzer nicht? Der ist ja schon lange weg. Wenn wir irgendwo sind, schießen wir ja auch. Und dann gehen wir irgendwann weg, wenn wir fertig sind. Aber ihr wisst schon, wenn... AAAAAAAA! Panzer! Genau vor dir, oder was? Ja, der kam mir entgegen aus der Stadt. Dann brauchst du mal Zeit. Gleich steht der Bruder uns getötet. Er fällt mir hinterher, der Wexer. Ja, in einer Abkürzung. Sag, wir fällt ein. Er auch. Im genau fahrenden Stand, dass ich es wollen kann. Tue ich auch. Und dann laufe ich vorm Panzer rum und lass wie wir fahren. Tadam! Ich bin in der Stadt. Ich bin ausgestiegen. Oh, ein feindlicher Player. Ja, das ist der Panzer. Ich bin im Haus. Ich hab die Tür zugemacht. Scheiße. So, und wenn ihr es wüsst, wo du bist... Deswegen bin ich ausgestiegen. Aber ich hör auch nichts. Bist du in der Stadt gespawnt? Ja. Okay. Also in der Nähe von mir ist das Auto. Wenn du willst, kannst du hingehen. Deine Waffe holen. Die hab ich...